Einen wunderschönen Montagmorgen, meine lieben Nintendo Switch Freunde, zu einer neuen Ausgabe der Nintendo News. Und heute haben wir einige News mit einem Spiel, was auf die Switch 2 kommen soll, was mega wäre. Und natürlich neue Informationen zum Reveal der neuen Konsole, der Switch 2 oder wer auch immer sie heißen mag. Und das könnte noch tatsächlich vor Halloween passieren. Auch da gucken wir uns alle neuen Gerüchte an, reden ein wenig darüber. Und ich würde sagen, wie immer nehme ich am Anfang einen Schluck aus meiner Kaffeetasse, wo es heißt, und starten rein mit der ersten News. Super Mario Party Jamboree, was ja erstmal ein ziemlich geiler Name ist, wie ich finde, wurde jetzt released. Und jetzt hat Famitsu die ersten Verkaufszahlen aus Japan veröffentlicht. Ich muss persönlich sagen, dass ich das Spiel noch gar nicht gespielt habe. Gerne mal eure Meinung zu dem Spiel, wie ihr es findet, in die Kommentare. Es liegt hier noch, irgendwann werde ich es wohl mal spielen müssen, würde ich mal sagen. Aber Super Mario Party Jamboree ist in den Famitsu-Charts auf Platz 1 eingestiegen in der ersten Woche mit 227.569 Verkäufen. Nur in Japan natürlich. Müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze dann hier bei uns Europa oder generell verkauft. Aber ich glaube, dass ein Super Mario Party Spiel immer generell gut ist. Ich habe vieles Gutes, einiges Schlechtes gehört. Ich habe mir noch keine eigene Meinung gebildet. Von daher, wenn ihr dazu gerne was sagen wollt, gerne, wie vorhin schon erwähnt, unten in die Kommentare. Nintendo hat einen umfassenden Trailer für ein Spiel gezeigt, Spiel, naja, für ein Spiel gezeigt, was am 5. Dezember veröffentlicht wird. Und zwar von Fitness Boxing 3. Das war ja das erstmal vorgestellt in der Nintendo Partner Showcase im August. Und wie gesagt, kommt jetzt am 5. Dezember raus im neuen Trailer. Sehen wir so ein paar Sachen, sind ja über 30 neue Songs, neue Trainer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwann mal Fitness Boxing 1 oder 2 gespielt. Ich weiß gar nicht mehr. Und das Ding ist für mich absoluter Schrott. Hat für mich null, aber auch wirklich gar nichts mit irgendeiner Richtung Fitness oder irgendwas zu tun. Von daher, weiß ich nicht. Ich habe es nicht, natürlich den Fitness Boxing 3 kann ich ja noch nicht gespielt haben. Werde ich wahrscheinlich auch nicht spielen. Würde es aber trotzdem einfach keinen empfehlen. Wenn ihr irgendwas Richtung Fitness sucht und Spiel sucht oder sowas, kann ich euch definitiv nur Ringfit vorschlagen. Denn das muss ich tatsächlich sagen, ist je nachdem, wie man es einstellt, wirklich ganz gut. Wer Fitness Boxing doch noch feiert, kann mir auch gerne in den Kommentaren schreiben. Wieso, weshalb, warum. Meiner Meinung nach, ich habe es ja zweiten Teil oder ersten Teil, keine Ahnung, ist ja auch total egal. Fand ich alles andere als gut, sondern eher massiv langweilig und 0,0 anstrengend. Anfang des Monats hatte Nintendo ja eine neue Firmware für die Switch rausgebracht mit der Version 19.0.0. Und auch wenn es irgendwie so ein Major Release ist, gab es laut Nintendo nur allgemeine Verbesserung der Systemstabilität. Und es gab aber jetzt wohl einige Personen, haben wohl Probleme mit dem Update gehabt, was zum Beispiel durch Überhitzung und eine nicht gute Akkulaufzeit oder so sich bemerkbar gemacht hat. Ich muss direkt mal an meiner Stelle sagen, ich habe rein gar nichts gemerkt. Und ich glaube, das ist auch so, man hat jetzt nicht so wahnsinnig viel gehört, aber es scheinen wohl einige Benutzer Probleme zu haben, obwohl speziell eher im Handheld und statt im Docking-Modus. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch betroffen seid und wie sich das Ganze äußert. Jedenfalls hat ein Benutzer aus dem Bereich des Nintendo Switch Subreds dann mal den Support kontaktiert und gesagt, ja, ja, es betrifft auch andere, mich betrifft es, mein Bruder betrifft es nicht, bla bla bla. Und man guckt wohl in die Sache rein. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt mal, wir hatten mir ein paar andere Threads und auch bei X durchgelesen. Ja, tatsächlich gibt es dann nur einige Leute, die dieses melden. Ich frage jetzt mal, melden die das, weil die jetzt gemerkt haben, ah ja, da könnte ein Problem sein. Und ja, das könnte bei mir auch sein oder gibt es wirklich Probleme? Wie gesagt, bei meiner Switch oder die, die ich habe, hatte ich keine Probleme. Aber dazu gerne mehr in den Kommentaren, wenn ihr da was habt. Und insbesondere würde mich interessieren, wenn ja, wie sich das bei euch geäußert hat. Und jetzt kommen wir ja zu einem Nintendo Switch Spiel, was wohl für die Nintendo Switch 2 rauskommen soll. Und das auch noch im Jahr 2025. Und wenn das rauskommt, dann wäre das echt mega, denn es handelt sich um Elden Ring. Ich bin ja gar nicht so der Dark Souls Gamer oder sonstiges, aber Elden Ring damals auf der Playstation 5 zu spielen, das war schon echt grenzgenial und war für mich auch mit eins der Spiele des Jahres. Und die Information kommt von keinem geringeren, denn das von Nash Wiedel. Der hatte zum Beispiel damals ja ein Jahr vor dem Release von Metroid Dread dieses halt eben angekündigt. Und er hat jetzt eben auf X gepostet, dass er eben gehört hat, dass Elden Ring in einer Definitive Edition in Entwicklung ist und tatsächlich 2025 dann noch erscheinen wird. Wahrscheinlich dann irgendwie Richtung Ende. Keine Ahnung, steht jetzt hier nicht genau mit bei. Und ich muss mal tatsächlich sagen, natürlich, wir wissen ziemlich durch einige Leaks, wenn man das so möchte, oder eher Gerüchte, aber das hat sich ja auch durch den Nvidia-Hack und so bestätigt, dass wir wahrscheinlich mit dem T239-Chip für die neue Switch rechnen können und da eben halt auch mit DLSS. Und dass dann eben solche Spiele unter anderem eben dann auch auf der Switch laufen werden. Wie die natürlich dann laufen werden, wissen wir nicht. Allerdings glaube ich, dass wir insbesondere für Third-Party-Hersteller die Switch 2 generell interessanter wird als noch die derzeitige Switch. Weil, seien wir mal ehrlich, die Portierung war wohl immer ein Problem. Auch wenn es andere Hersteller sehr gut hinbekommen haben, teilweise die Dinger auf die Switch laufen zu bekommen, ist es wahrscheinlich mit besserer Hardware logischerweise einfacher. Ob dann Elden Ring in einer ähnlichen Qualität auf der Switch 2 laufen wird, müssen wir uns überraschen lassen. Erstmal müssen wir uns überhaupt überraschen lassen, ob das Spiel für die Switch rauskommen würde. Ich würde es auf jeden Fall massiv feiern. Warten wir jetzt einfach mal ab, was wir da vielleicht noch in nicht so naher Zukunft für Infos bekommen werden. Und jetzt kommen wir zu der Nintendo Switch 2 und der Möglichkeit, dass wir heute, morgen, übermorgen oder vielleicht auch überübermorgen Informationen zur neuen Switch 2 bekommen, beziehungsweise dem Reveal. Wir werden hier nochmal alles, was es so aktuell gibt, nochmal diskutieren. Und ich meine, am 3. März 2017 kam dann die Switch raus. Über 144 Millionen verkaufte Einheiten. Aber seien wir mal ehrlich, wir brauchen langsam den Nachfolger. Ja, und im Laufe des Jahres kursierten ja unzählige Gerüchte über die Switch 2 aus Leaks, NVIDIA-Hacks und sonstiges. Und auch in den letzten drei Monaten hatten wir ja schon einige Informationen, wie zum Beispiel die mutmaßlichen 3D-Bälder der neuen Switch. Hatte ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch gerne hier oben. Hardware-Details von Lieferanten oder Mitarbeitern, ja, wie zum Beispiel eben das mit dem T2-39-Chips. Relativ gute Details über die Hardware, was auch immer wieder in anderen Leaks oder Gerüchten vorkam. Also auch da könnte man schon eher hin tendieren, dass das richtig ist. Und damals noch in 2023, wer kann sich da noch erinnern, eventuell Behind-the-Scenes bei der Gamescom 2023 für eventuelle oder für ausgesuchte Entwickler für zur neuen Generation der Switch. Dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, denn nämlich diesen Jahr hatte dann sich der Nintendo-Präsident schon Taro Furukawa eben geäußert bei X, dass Nintendo den Switch-Nachfolger noch in diesem Geschäftsjahr, das ja bis zum 31. März 2025 geht, also noch bis nächstes Jahr, offiziell ankündigen wird. Und Paul Gale hatte ja damals noch gesagt im September, er hat was gehört, dass ein Trailer gedreht worden ist. Und das Ganze hat sich auch als wahr bestätigt, nur hat war es nicht der Trailer für die Switch 2, mutmaßlich, sondern eben für Alamo, dem überteuerten Wecker von Nintendo. Jetzt gab es aber in der letzten Woche einige Informationen und auch tatsächlich öffentliche Releases, die Spekulationen oder die Raumverspekulationen offen lassen. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ich hatte ja in der letzten News berichtet, dass der liebe Masahiro Sakurai seinen YouTube-Kanal aufgibt und dort sein letztes Video veröffentlicht, was er ja auch dann gemacht hat. Und er hat dort dann eben auch berichtet, dass er seit April 2022 an einem geheimen Projekt arbeitet. Und da können wir alle sicher sein, dass das natürlich ein Spiel für die neue Switch sein wird. Er hat aber auch gesagt, dass er nicht wirklich mehr zu dem Projekt natürlich sagen kann. Logischerweise, ist ja klar. Er sagt auch, dass er immer von Nintendo die Genehmigung für die Prüfung seiner Videos hat. Und er hat nämlich in diesem Video auch gesagt, dass es ihm leid tut, dass er derzeit über das Projekt nicht viel mehr sagen kann. Aber früher oder später kann er es eben dann doch ankündigen. Und das wahrscheinlichste Szenario, dass er der Macher oder der Vater von Super Smash Bros., das ist vielleicht das neue Super Smash Bros., für die neue Konsole sein wird oder irgendein Kirby. Wobei, da würde ich lieber auf Super Smash gehen. Aber wie gesagt, da hat er schon gesagt, er arbeitet dran seit 2022. Er kann ja leider nichts sagen. Er hofft aber auf kurz oder lang eben das veröffentlicht und dass das da etwas bekannt wird. Jetzt gab es ja letzte Woche noch einen neuen Trailer von dem neuen Spiel Yooka Replay Lee. Und das ja ein Remaster ist von Yooka und Aley Lee. Und da gab es dann nachher auch, wenn man mal ans Ende des Trailers springt. Also beim ersten muss ich mal sagen, das ist ein sehr cooles Remaster. Das sieht sehr, sehr cool aus. Auf jeden Fall soll es auch für die Nintendo kommen. Erst einmal der Tweet dazu ist ein bisschen merkwürdig, weil da steht erstmal die Konsolen, dann Punkt, 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 Nintendo. Und im Trailer nachher gibt es so hüpfende Augen, dass dann auf Nintendo stehen bleibt und von links nach rechts schaut. Und auch das klingt eher dafür, dass es eben für die neue Konsole rauskommen wird. Und auch auf der Internetseite haben sie sich dann dazu geäußert und gesagt, dass wir relativ schnell, äh, bald, ja, mehr Details zu den anderen Plattformen bereitstellen. So schnell, wie es eben möglich ist. Also auch die wissen sicherlich schon oder haben das Spiel schon für die Switch 2 gemacht. Da bin ich mir relativ sicher. Können aber jetzt nicht mehr sagen. Denn auch, äh, wenn man sich den Trailer anguckt, hat man nicht dieses normale Switch-Logo, wo es ja bei vielen ist, also dieses klassische Switch-Logo. Sondern man hat das einfache Nintendo-Emblem genommen, was eher darauf hin ist, dass es eben auch für die neue Nintendo Switch kommt und nicht für die aktuelle Switch. Und darauf hin, ja, hat der, äh, Marketing-Manager oder soll man eher sagen Ex-Marketing-Manager von Nintendo UK, Nail Flynn, ja, mit so komischen Augen geantwortet, diesen komischen Emoji, den ich nie nutze, ja, auf dem Post eben vom Entwickler von Yoke Replay Lee. Furchtbares Wort, ja, und, äh, kurze Zeit später, weil wir, in dem Tweet stand eben hier, Coming to Steam, PS5, Xbox Series, End und dann eben Punkt, 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 Nintendo Augen. Daraufhin hat er auch mit diesen komischen Augen geantwortet, ja, ganz viele Augen in diesem Spiel. Und ja, nun ist er wohl kein Manager mehr von Nintendo, denn der, alle seine Social-Media-Posts sind auf Privat gestellt oder gelöscht. Auch bei LinkedIn ist alles weg. Vorher konnte man noch sehen, dass er eben auch für Nintendo gearbeitet hat und auch da mittlerweile arbeitet er wohl. Oder zumindest der Hinweis auf Nintendo ist dort nicht mehr öffentlich, was dazu führen lässt, dass dieser Post wahrscheinlich ausschlaggebend war, ja, dass Nintendo hier die Reißleine gezogen hat. Also mutmaßlich jedenfalls. Nur, ja, da kann man mal sehen, so schnell ist man sein Jobbus, nur wenn man mit Augen antwortet. Aber Nintendo möchte wohl hier nicht, dass hier irgendwas, was vielleicht zeitnah verreleased wird, an die Öffentlichkeit kommt. Und natürlich darf auch PH Brasil nicht fehlen, der ja irgendwie so das Ganze so ein bisschen in Rollen gebracht hat, mit seinen Informationen, dass er da irgendwas gehört hat und gehört hat. Jetzt hat er in einem Stream gesagt, dass er sich vorstellen kann, Achtung, vorstellen kann, dass die Nintendo Switch schon nächste Woche vorgestellt wird. Ja, in vielen Pressen hieß es so, er hat gesagt, das kommt nächste Woche, aber er kann es eher vorstellen. Er hat mich dann auch ganz klar gesagt, dass er es nicht weiß, sondern er kann es sich halt einfach vorstellen. Und er zählt da wahrscheinlich so ein bisschen eins und eins zusammen. Denn am 5. November gibt es dann eben halt auch noch das Investorentreffen. Und ich sag mal, wenn Nintendo irgendwas veröffentlicht werden möchte, dann muss das definitiv davor geschehen. Dann mal so geschaut, was ist denn jetzt so November, Dezember, ja, ich meine, da gab es ja eigentlich nie wirklich eine Nintendo Direct. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, es gab mal eine Nintendo Direct am 12. November 2015. Und da muss man darauf achten, wenn ich euch das hier einblinde, das ist immer das amerikanische Format, wo eben am Anfang immer eher der Monat steht und der Mitte der Tag. Ich darf ja sagen, das ist ja doch dann eher der Dezember. Und auch am 5. November 2014, wobei ich ja sage, ich glaube nicht, dass sie es über Nintendo Direct ankündigen, tatsächlich, sondern einfach einen Trailer, wie damals bei der OLED oder sonstiges, rausschmeißen, dann auf den Social Media Plattformen veröffentlichen und dann sehen wir halt diesen Trailer. Und ich glaube nicht, dass wir da eine separate Nintendo Direct sehen werden. Da könnt ihr mal gerne auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Von daher finde ich immer zu gucken, gab es eine Direct im November, Dezember? Total Blödsinn, weil sie könnten einfach das, wie gesagt, über einen Trailer veröffentlichen. Und ja, wenn wir jetzt mal die letzten acht Jahre zurückgucken, hatten wir auch immer eine September Direct. Und das hatten wir dieses Jahr halt auch nicht. Deswegen macht das hier in diesen wenig Sinn. Für mich, ich persönlich, hatte ja immer gesagt, das ganze Ding wird im Oktober noch vorgestellt. Ja, natürlich haben wir jetzt die Möglichkeit noch die nächsten Tage. Und wenn das ist, dann hatte ich auch einfach recht. Und ich muss auch tatsächlich sagen, wenn es noch eine Möglichkeit gibt im Oktober, dann ist das halt jetzt diese Woche. Weil, wie gesagt, das Investorentreffen ist am 5. November. Wir haben 7. November, haben wir Mario & Luigi Brothership Release. Und von daher macht es, wenn nur noch diese Woche, Sinn. Auch wenn ich jetzt mittlerweile eher vermute, dass man das 2025 geschiebt. Aber aufgrund dessen, dass das Investorentreffen halt kurz bevor steht, würde halt maximal diese Woche noch Sinn machen. Viele sagen ja, oh ja, das Weihnachtsgeschäft ist davon dann stark beeinflusst. Ganz ehrlich, das habe ich schon zehnmal gesagt, die Verkaufszahlen der Switch 2 sinken eh, äh, die Verkaufszahlen der Switch sinken eh momentan. Die ganze Zeit. Ja. Und es gibt nie den perfekten Zeitpunkt dafür. Und wenn man im Trailer vielleicht sogar dann noch eben halt mit einer Abwärtskompatibilität wirbt, beziehungsweise das erwähnt, hat man zumindest schon mal die Software, die man dann, also die Spiele, ja. Dann wahrscheinlich nicht so den Dip davon, weil die könnte man ja auch gegebenenfalls noch auf dem Nachfolger spielen. Und natürlich hat man immer noch die Möglichkeit, massive Bundles anzubieten, also preisreduzierte Bundles. Was aber auch wieder ein merkwürdiger Zug wäre, weil man hat ja schon einige Bundles jetzt angekündigt zum Normalpreis. Deswegen, das passt für mich vorne und hinten nicht. Aber möglich ist alles. Und wir warten jetzt einfach mal, wie diese Woche läuft. Also wenn es jetzt nicht bis Halloween passiert, ja, liebe Freunde, dann bin ich mir ziemlich sicher, sehen wir das Ganze erst 2025. 2025 und ich vertue mich natürlich auch gerne und gerne können wir im November uns den Trailer zusammen anschauen. Aber was meint ihr zu den neuen Informationen? Und lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wie gesagt, es ist alles nur Gerüchte, alles Mögliche. Ach, ihr wisst Bescheid. Nimmt das alles nicht so ernst. Wir warten einfach gespannt drauf. Wir brauchen die neue Switch.